Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und ich habe hier die Nacht durchgespielt. Ähm, es ist nichts passiert. Also nichts Spannendes. Deswegen, äh, ja. Also das Kiddo ist jetzt schon wach und das Kiddo auch und die machen jetzt einfach Stuff. Äh, achso, genau. Ich hatte ja die, äh, umgestylt gehabt. Genau. Da war ja irgendwas. Das hatte ich ja offscreen gemacht. Ähm, ja. Punkt. Die müssen halt auf jeden Fall ihre Skills nochmal ein bisschen improven. Denn, äh, damit sie halt mehr, also schneller altern können. Genau. Ich vergesse jedes Mal, wie es heißt. Wir sind übrigens schwanger. Und wir werden auch schon bald das Kind kriegen, weil es steht schon in Bindung mit Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und es ist sehr, sehr gut. Und, äh, es fehlen ja auch nur noch zwei Kinder, bis wir ein Makeover für sie haben. Und das wird sehr, sehr schön. Er ist übrigens als einziges noch sad davon, dass sein, äh, Bruder verstorben ist. Wenn ihr nicht wisst, wie das geschehen ist, könnt ihr euch auf jeden Fall den letzten Part ansehen. Es ist einfach nur... krank, okay. Wieso muss sie noch nicht zur Schule? Ich meine, ich akzeptiere es, aber, äh, äh, okay. Ach, ich glaube, sie wurde einfach zu spät gealtert. Und deswegen... Weil ihr Bruder wurde ja doch noch ein Stück früher gealtert. Deswegen, I don't know. Wird wahrscheinlich das Problem sein. Morgen ist Liebestag. Aber wir haben dann wahrscheinlich keinen Platz im Haus, gehe ich von aus. Wir werden sehen ja schnell, ob, äh, Christine, äh, eine Einzelschülerin wird. Weil dann könnte das hinhauen, dass wir am Liebestag ein Baby machen können. So, ganz viele Spielzeuge, die wir verkaufen können. Dass die so viel krass, also so krass viel Geld geben, ist einfach heftig, ne? Aber ich akzeptiere es. Jetzt, wo wir ja nicht mehr so viele Tantiemen verdienen. Da sie jetzt an der Kreativitätsfähigkeit gearbeitet hat, äh, lasse ich sie einfach mal dieses Projekt hier machen. Weil, da kriegt sie das ja dann auch. Und, äh, sie wird dann halt direkt eine bessere Leistung in der Schule haben. Deswegen ist das ja gar nicht bad. Die Kinder sind nach Hause gekommen und sie haben keine Noten irgendwie steigern können, leider. Aber, passiert. Wenn Christine morgen noch älter wird, dann könnte sie vielleicht trotzdem noch am Liebestag schwanger werden. Äh, also Melodie. Hm, wir müssen halt mal gucken. So, Leila hat ihr Dings abgeschlossen. Schön. Melodie kann jetzt Handy-Apps entwickeln. Geil. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich nicht mal ein Töpfchen platziert habe. Wo ich mir denke, okay, was ist eigentlich passiert? Aber, das können wir jetzt einfach mal nachholen. Ich meine, das Geld dazu haben wir ja auf jeden Fall. Und, ähm, das passt hier auch noch hin. Huch. Äh, ich meine, ich, äh, fördere die Fähigkeiten nicht, aber, äh, wenn die zwischendurch mögen, können sie trotzdem natürlich einfach mal, äh, auf Klo gehen, wenn sie das wollen. Yay, David ist auch fertig. Das ist schön. Hat er gut gemacht. Wird erst mal eingesteckt. So, Kisch. Das ist auch fertig. Sehr schön. Oh, die Wehen sind da. Das ist schön. Bibi im Krankenhaus bekommen. Ja, wir gehen alleine. Wie immer. Kannst du bitte gehen? Hallöchen. Ich würde mich gerne am Anfang anmelden, aber der Typ ist noch nicht da, deswegen geh einfach mal hoch. So, und ab geht's. Äh, was? Hallo, warum steht sie auf? Hilfe? Warum geht sie jetzt in den anderen Raum? Kommt, ist ein anderer Arzt? Tatsache. Ich glaube, den kennt... Warte, ist das nicht der Vater von einem unserer Kinder? Nee. Aktuelle Kinder Null. Dann ist das... Hä? Aber wir kennen den auf jeden Fall. Ein Junge! Wir nennen ihn... Gus. Und es ist noch ein Junge. Hatsch ist ganz süß. Gar ganz süß. Süß. Hatsch. Wir haben Zwillinge. Das heißt, es muss auf jeden Fall jemand ausziehen, damit wir am Liebestag ein Kind zeugen können. So, die werden dann auch wieder am Sonntag, deine Eltern. Gut zu wissen auf jeden Fall. Girl, du gehst nach Hause. Du holst dir doch kein Limo. Bist du dumm? Die Jungen holen jetzt übrigens auf mit den Namen, ne? Mit dem Alphabet. Gut zu wissen auf jeden Fall. Mittendrin spiele 24 Stunden die Sims 4. Ich spiele zwar schon länger, aber danke dafür auf jeden Fall. Ach, wir sind jetzt übrigens bei 20, ne? Im nächsten Part wird sie auf jeden Fall ein Makeover bekommen. Genau. Aber erst im nächsten Part, weil ich will das gern aufs Stream machen und mir da sehr viel Zeit für lassen. Wir können ja Joey einfach mal einladen, weil ich meine, wir können ja das trotzdem machen. Es, also es, wenn halt kein Kind kommt, dann kommt halt kein Kind, aber, äh, genau. Man kann es ja zumindest mal hier, äh, hier, was man hier alles so machen kann. Dann müssen wir aber ein Blümchen kaufen. Oh, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Nehmen wir einfach ein Gänseblümchen. Er hat irgendwie nicht so Bock, vorbeizukommen. Was ist mit ihm? Wir können auch Aaron Winter nehmen. Ach. Ach, nein, der macht gerade einen Protest. Das ist auch nicht, was ich will. Wir können auch Mortimer Grusel nehmen. Wie wär's? Hier. Ich möchte mich kokett vorstellen. Kann sie sich bitte umziehen, Alter? Dann bekommen wir ein Goffkind. Uh. So, und dann, ähm, nehmen wir erst mal Betören und können wir ihm ein Gänseblümchen schenken. Er mag's einfach nicht. Ich möchte die Verabredung bitte, ich hab ihm um Verabredung gebeten, aber ich möchte das bitte einfach zu Hause machen. Gute Noten. Sehr schön. Sie hat's hinbekommen. Sie ist Einsatzschülerin. Ähm, haben wir überhaupt noch einen Kuchen da? Äh, sind da Kerzen drauf? Yo. Super. Dann, äh, wünsch dir mal kurz was. Und dann können wir ein Baby machen. Sehr schön. Und das können wir mal kurz wegwerfen. Yay, it's your birthday, Christine. So, und sie wird ein ehrgeiziger Sim. So, und dann können wir dich als Familie entfernen. Und dann kann sie sagen, Baby machen. So. So, dann machen wir einen Schwangerschaftstest. Sehr schön für zwei Essen. Yes. Ich glaube, dass, äh, Bella nicht so davon begeistert ist, aber, ja. Lass mein Kind in Ruhe. Ich freue mich schon sehr auf ihr Makeover, tatsächlich. Die komplette Familie danzt hier einfach nur so rum und ich denke mir so, okay, Dinge passieren auf jeden Fall. Ich finde, um drei Uhr nachts kann man auch schon mal seine Kinder altern lassen, wenn sie schon rumheulen. Hatten wir es jemals, dass die älter werden, während sie auch in derselben Folge geboren wurden? Hm, ich habe keine Ahnung. Yay, ein albernes Kind. Es sind so viele Geschenke einfach eingegangen. Ich liebe es. Oh, süß, mit einer Käppi. Herr Fabian erreicht gleich, äh, Level 3. Und dann können die alle gemeinsam in den Cars. Es ist Sommer. Juhu. Super, Fabian hat's gepackt. Mutti muss aber jetzt erstmal einen Kuchen backen, weil wir haben jetzt ja gerade keinen mehr. Wir könnten ja mal einen Kokosnusskuchen machen, weil der kam ja, glaube ich, mit Island Living neu dazu. Und, ähm, ja, ich habe den noch nicht gemacht. Das wäre mal ein anderer Kuchen und nicht nur immer Schokokuchen oder so. Geburtstagskerzen. Helfen, Kerzen auszublasen für Fabian. So, ein Insider und eins. Okay, dann geht's jetzt mal in den Creative Sim, würde ich mal sagen, ne? Okay, dann geht's jetzt mal. Okay, dann geht's jetzt mal. David macht eine Phase durch. Uff, uff, Bruder, uff. Dann sehen wir unsere süße Melodie ein letztes Mal in diesem Style. Denn ab nächster Folge wird sie anders aussehen. Sie wird ein Makeover bekommen. Sie wird anders aussehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es wird zwar ein bisschen schwer, mit ihrem Bauch halt direkt sowas zu finden, was vielleicht gut aussieht, aber das wird schon irgendwie passen. Ich werde einfach was nehmen, was halt auch mit dem Bauch gut aussieht, weil, I mean, sie ist quasi dauerschwanger. Deswegen sollte das schon irgendwie, irgendwas wird sich schon finden lassen. Und ich meine, wir haben diese Folge auf jeden Fall viel geschafft. Finde ich sehr, sehr gut. Wir können dann nächste Folge auch wieder direkt an dem Tag weitermachen, wo wir jetzt hier gerade stehen. Es ist Sonntag morgens. Nächste Folge gibt's dann ja noch ein Kind. Und die Kinder, die wir jetzt hier haben, die werden natürlich dann einfach weiter gefördert in ihrem Leben. Ich hoffe einfach mal, dass David endlich mal eine bessere Note bekommt, weil irgendwie ist David schon gefühlt Ewigkeiten ein Kind. Und das müssen wir ändern, weil es ist die 100 Baby Challenge und wir können nicht ein Leben lang ein Kind ein Kind lassen. Irgendwann wird's nun mal erwachsen. Das ist alt einfach so. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, sie wird keine bunten Farben mehr in ihren Haaren haben. Sie werden einfach schwarz sein, weil sie hat ja schwarze Haare oben und deswegen wird sie einfach komplett schwarze Haare haben. Ich bin gespannt, was nächste Folge dann noch so alles passieren wird. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!